Da mal im Ladebildschirm auftaucht, wo wir jetzt gerade drüber sind. Ja. Mit den Zügen rechts daneben. Ja, ja, genau. Ist jetzt das... Ich jetzt das zweite oder dritte Mal hier drüber. Ja, einmal ist doch langweilig. Das stimmt. Das erste Mal kommt man als Tourist, das zweite Mal und dritte Mal fährt man einfach nur noch drüber. Aber da warst du auch hell. Hättet ihr wegen nächster Autobahn auch einfach gerade rüber, oder was? So, ich muss einmal tanken. Tiddy? Ja. Nächste Autobahn auch gerade rüber? Ne, ich glaube nächste Autobahn rauf und dann... ...ab Richtung Bialystok. Ich sehe es gerade auf dem Navi nicht so genau. Wie lang ungefähr noch? Oh, das sind ja diese Kinder im Auto. Mama, Papa, wann sind wir denn endlich da? Wir sind ja gleich da. So schnell schon? Ich muss mal, können wir anhalten? Ah ne, das hatten wir heute schon. Kann ja mal passieren. Das ist ja auch teilweise so, wie bei uns bei der Feuerwehr. Wann sind wir da? Also seid ihr abgebogen, oder nicht? Nein, wir fahren geradeaus hier die ganze Zeit. Die Strecke kennst du auch in- und auswendig. Da hat er doch geradeaus gefahren. Okay. Ich habe gerade gefragt. Ich sehe von euch keinen mehr. Ich bin ja auch gerade tanken gewesen. Du kannst doch gar nicht abbiegen. Kann ich nicht abbiegen? Kannst doch nur geradeaus hier. Auf dem Stück, wo wir gerade sind. Wo seid ihr denn? Scheiße! Äh, kurz vor Lodsch. Die wie Didi? Ich liege jetzt mal quer gerade. Alles klar, dann sind wir definitiv verkehrt. Ich spaw mal nach Ols. Die wie Didi? Wir sind nämlich kurz vor Ols. Olsdön? Ja. Dann hast du nämlich den Gabs und wir haben verloren. Macht nichts, Marco. Wir fahren immer weiter an Olsdön vorbei und dann nachher rechts rum. Dann passt das wieder. Ja, machen wir so. Also wo jetzt? Ich bin noch weit hinten. Links auf die Autobahn. Aber geradeaus. Nils? Gehen Funktion? Ja, kommt drauf an. Wo seid ihr? Nein! Seid ihr schon bei der 7 vorbei? Oder was das ist? Fahrt ihr über Bialystok? Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt gerade bei der 7. Wie Didi? Ja. Gehts über Bialystok? Ja, Moment. Ich halt mal an. Ich sehe das auf dem Navi nicht in der kleinsten Einstellung. Das reicht nicht. Wir sind jetzt kurz vor Lodge. Wir sind kurz vor Lodge. Wir sind kurz vor Lodge. Nö, lass mal weiter fahren. Wir sind auf der 1. Und biegen jetzt gleich ab auf die A2. Echt? Richtung Warschau. Und dann wollte ich die Landstraße runter nach... Geradeaus weiter zum Startpunkt an der Tanke. Über die... Also ich bin gerade kurz vor der 7 bei Oldsteam. Ich stehe jetzt nämlich hier wirklich in Oldsteam im Garage. Ja, aber dann wiegst du rechts ab. Stößt du zu uns bei Warschau. Richtig. Ich hab dich gefragt und du hast gesagt von wegen... Und da sind wir gerade rüber gefahren. Weil ich nach... Ich hau ab. Äh. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Ich hab dich extra gefragt. Und dann hast du gesagt, nee, geradeaus. Ja, ich war da ab. Am 2. Muss links abgehen, hab ich gesagt. Geradeaus weiter, ja. Äh. Leute, ich hau auch ab. Danke, dass ich mitfahren durfte. Und bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. 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 Ich hab mal gebremst, weil rechts von dir war ein Rollo. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt gesehen hast. Tschüss. Ich hab keine Rollo gesehen. Nee, hab ich gemerkt. Er hat das auch gemerkt. Ja? Ja, der ist voll auf dem Acker. Nein. Die Obenstraße, wo du drüber bist. Du bist geradeaus weiter sicherlich, ne? Ja, einmal geradeaus. Ja, ich fahr jetzt wieder raus. Ich bin jetzt gleich wieder auf der 7. Ja. Treffen wir uns Warschau. Dann fahren wir das letzte Stück dann noch gemeinsam. So, ich... Ich glaube, da war schon runtergefahren. Also, bist du rechts rumgefahren, Herr Nolstein? Ja, musste ich ja. Einmal musste ich ja abbiegen. Alles klar. Also, wie fahren jetzt weiter Knaller? Ich und Vivi die hier? Ja. Wohl so aus, ne? Ich hab jetzt hier ein Schild nach dem Motto, wo ich hier nach Warrzah war. Ja. Übersteuert kann irgendwie dein Motor ein bisschen? Übersteuer? Ja, also, heißen wir mal. Mach da zu viele Umdrehungen. Ja, ich überdrehe ihn, weil ich manuell schalte. Man merkt's. Man hört's auch. Ja, ich fahr gerne. Schön ausfahren die Gange und dann den nächsten rein. So, wo ist jetzt der Rest, der vor mir war? Wir fahren schon weiter nach Lux. Also, ich komm wieder nach Warschau gefahren. Und jetzt machen wir's weiter. Los, Michael. Ich komme auch Richtung Warschau. Dauert einen Moment. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt fahr' ich an. Ja, bringt dich auf. Das geht hier nicht. Ähm, Rumi? Ja, wo kommt ihr mich jetzt entgegen? Was ist das für ein Scheiß? Ich wollte gerade sagen, du fährst gerade in die verkehrten Richtung. Nö. So. Und wann macht ihr denn hier, der Scheiß-Rothammer? Entschuldigung. Ganz ruhig, Rumi. Mach' ich dir extra Platz. Tut mir ja auch leid. Ich hab' gerade noch ein bisschen unentschlossen durch. Danke, Farmer. Entschuldigung, Stadtbaumeister. Mir kam gerade Katze. Ja. Bist du mit dem Konvoi mit drin jetzt, oder? Ich bin beim Stadtbaumeister und fahr' gerade von der 7 Richtung Warschau. Ich hab' ja nicht so gut. Aber ich folg' mal der Katze. Gieß er schnell. Also ich bin sowieso immer richtig. Ja, wenn man hinten dran hängt, kann's auch mal passieren, dass man fehlgeleitet wird. Ach, Matze hab' ich hinter mir. Ja. Alles klar. Alles klar. Ich hab' die Katze hinter mir hier. Die Katze und der Matze. Na dann mal gucken, ob das wird werden. Jaaaaauuuu. Ui. Nach der Katze kommt der Hund. Was fährst du denn so weit rüber? Hahaha. Auf meine Spur. So Jungs, ich kann euch beruhigen. Bis jetzt kommt noch nichts von vorne. Aber die Kurven haben's in sich hier. Wir sind jetzt auf der 2 nach Warschau. Der Schneebald ist richtig schön, wenn man auf der 7. Wir entfernen uns grad, ne? Bitte? Entfernen wir grad, oder fahren wir da auf grad zu? Wir fahren auf Warschau zu. Knellland? Matze, ich glaub' ich hab' dich vor dir. Ja, oben. Entströmte Richtung, ja. Wieso, warst du auch weg, Brian? Ja, ich bin vorhin außerdem hinten drauf geknallt. Keine Ahnung, wer das nochmal war. Und hatte Fehlfunktion. Und das zu oft. Matze, wo seid ihr jetzt? Auf A7 Richtung Warschau, äh. Schon an diesen kleinen Rastplätzchen vorbei? An den nächsten Tanke sollte ich tanken. Kommt gleich eine. Wir sind jetzt hinter der Mautstelle, kommt gleich eine. Ja. Hab's gesehen. Mautstelle? Mautstelle haben wir noch nicht gesehen. Nee. Ja, wir haben. Hinter Lodge auf der A2 die erste Mautstelle. Ist erst noch gebaut. Wir sind ja auch auf der Bundesstraße, lol. Ja. Rauthammer. Deshalb sag' ich ja, bis jetzt habt ihr Glück, Jungs. Da kommt nix von vorne. Freie Bahn. Aber nicht aufzurechnen. Der Tanke muss das hinter mir, ja? Ja. Ja. So, ich bin auch mal weg, ne? Ich hab aber auch nen Namen. Na Manni, schnauze voll, oder was? Nee, ich hab mich total verfahren, aber ist egal. Ja, zur nächsten Werkstatt beamen lassen, auch gut. War ja nie mit dem Werkstatt. Einmal auf die Karte gucken. Ja Manni hat das nicht so mit Karten. Nee, nicht so wirklich. Okay. Wie viel, die fahren wir schneller auf dem Rastrug, oder? Ja, sieht so aus, ne? Fahr mal tanken, ja. Jetzt wird's kurvig. Ja. Tja, ist grad mit der Karte. Toll, Jungs. Soll ich vorfahren, wo rein, oder? Dreck gewiose, du bist ja eh schneller. Ich höre schon nix drauf. Meist ja nix drauf. Luft. So, wo muss ich jetzt hin? Immer nur gerade Katze, bist da hinter mir, immer geradeaus. Kannst rüberziehen. Oh, ich hab's gesehen, dank dir. Trotzdem. Hinter wem bin ich? Marco, erst mal 1080 die Dage getankt. Wenn ich das richtig sehe, dann bist du 460 Meter hinter mir. Ich hatte Manni gerade irgendwie wieder vor mir. Wo kam er denn her? Der Troll tankt auch noch, Willy. Ja? Ja. Sobald du den Scheibenbücher ausmachst, fängst du dann zu regnen an, ey. Wie schnell fährst du denn gerade, Marco? Anschlag. Gut, wir können weiter. Ich auch. Ich kann auch langsamer werden, kein Thema. Wenn, ich überleg' nun mal, ob wir jetzt sind. Boah, Knaller! Hör auf! Das Meer! Was? Man hat die ganze Zeit im Hintergrund gesiegt, wie das Getriebe durchstrebten. Ja, genau. Aber die sind ja noch 400 Meter weg. Also ich sag mal so, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr könnt schon Lobbyen, ne? Ja, alles klar. Ja, aber du musst ja ein Stückchen raus zur Tankstelle, ne? Ach Manni, wärst du mal weitergefahren. Du warst eben wieder ganz dicht dran. Ich hab dich gerade eben noch im Radar gesehen. Ja, der war weg. Ja, genau. Jetzt reicht's. Boah, musst du auch noch tanken? Ja. Didi, seid ihr schon Warschau durch? Nein, kurz davor. Ich fahr' jetzt gerade in Warschau rein. Ja, und Didi? Kurz davor, und dann begeben wir uns auf die Landstraße, die dahin führt, wo wir gestartet sind. Diese Tankstelle, wo die Straße jetzt reingekommen ist. Rumi seh' ich jetzt! Rumi kommt! Ehm, fahren wir jetzt noch Warschau, oder fahren wir jetzt direkt durch? Ach so, unterhalb von Warschau wieder raus, da und dann links rüber, oder was? Ruhh, brr, hey! Haben sie dir kein Sprit gegeben? Mautsch, ne? So, ich lass mich abschneffen nach Warschau. Ich bin jetzt auch in Warschau. Ehm, sollen wir dann in Warschau warten? Ja, aber wo in Warschau nochmal, bitte? Werkstatt, oder? Eher nicht. Ja, können wir machen, wenn die anderen noch nicht da sind. Ich bin jetzt in Warschau, Werkstatt? Ja. Ja, okay. Katsu und ich kommen gerade reingefahren. Hinter mir kommt jemand hier. Marco ist vorn. Ja, sie ist da, da aufgeholt hier. Knaller, komm! Soll ich mal gucken, wo ist denn die Werkstatt da? Ja. Nix. Ich fahre nur fünfzig hinter dir. Ja, wieviel Tonnen fährst du, Chef? Wo ist denn die Werkstatt? Ich fahre drei, zwei Tonnen. Eben. Hä? Ich denke. Eben, das sind schon mal zwölf Tonnen weniger. Das macht schon was aus. Ja. Ist das die Tankstelle vor Lublin auf der Landstraße hier? Ja, zwischen Lublin und Bialystok, genau. Gut, alles klar. Warte auch jetzt. Gut. Da sind sie ja alle wieder. Ich hab mindestens noch zehn Minuten. Da kommt Freude auf. Alle wieder vereint, yeah! Ne, nicht alle. Einmal rund umleuchte an. Also, ist jetzt hier ein Ende oder was? Nein. Hier sammeln wir uns nur. Es sei denn, du musst du das. Guck, Kuscheln. Ne, ich hab noch ein bisschen Zeit. Wenn, dann mach Rudel, Kuscheln. Ach ja, genau. Man könnte ja mal einen Truck reparieren. Aber nicht mit zwölf. Ich weiß gar nicht, wie spät man es haben. Ich fahr einfach. Wir haben vier Minuten vor zehn. Ach! So, wir fahren dann jetzt von der Werkstatt rechts runter bis zum Ende. Andra Meri vorbei. Und dann links auf die zwei. Und dann nehmen wir den ersten Abzweig links. Und dann am Ende sind wir da. Das sind jetzt vielleicht noch fünf Minuten. oder zehn Minuten maximal. Ja, und dann müssen wir mal die LKWs zählen, die überhaupt noch eine Fracht haben. Ja. Ich fahr gerade in Warschau ein. Also. Was hab ich gesagt? Aus rechts, dann links, nochmal links. Jut. Ups, wird's voll hier. Sind denn alle wieder da? Nein. Nein. Fast. Nein. Gut. Dann. Aber jetzt können wir... Aber jetzt können wir... Ja. Wo ist denn die Werkstatt? Hier gibt's keine Werkstatt. Doch. Ganz hinten durch. Links rum, rechts rum. Bist du da. Ja. Zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Oder was? Ja. Das mit dem fallen lassen, lassen wir weg. Toll. Jetzt hängt ich mein Spiel auch noch ab. Ja, voila. Da. Ah, Mann. Glückwunsch. Das war das mit dem fallen lassen. Richtig. Da hat die gesagt, oh, ihr fährt rechts oder fährt er links raus? Werkstatt rechts raus, dann zweimal links. Rechts raus, zweimal links. Rechts raus, nächste links. Danach nochmal links. 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 Wenn der Hauptmann kommt, dann stinkt's. Ich seh grad, ich hab 230.000 km auf meinem LKW. Was ist das denn? Ist doch noch nix. Joa, ne, ne. Ist nix. So, ich bin auch anwesend. Bist du anwesend? Sag mal, warum fahrt ihr denn jetzt raus? Weil Brummi anwesend ist. Ja, da kam ein gelbes Etwas dahin. Ey, sei lieb zu meinem gelben Etwas. So ein Küken. Ey. Hab doch gar nichts dagegen gesagt. So, wen haben wir denn hier vorne? Rolander, Marco. Ihr habt, glaub ich, alle Touren mitgemacht. Was sie bei der Unrundung anbelangt. Ihr zwei jetzt ganz nach vorne. Bis zum Ziel. Achtung Marco, nicht zurücksetzen. Kommt der da durch? Was sag ich dir, wenn ich Platz gemacht hab. So viele Fahrzeuge sind dann aber auch nicht mehr. Jetzt hab ich wieder bei Matze Grau. Hat er wieder Bild ausgeschaltet. Findest das gut, Matze? Also wenn ich durchs Bild fahre, dann musst du ausmachen. Ist es doch wieder an? Ich hab offline. Ich hab auch offline. Mach dir extra. Ja. Mach dir extra. Geht jetzt gleich wieder an euer Bild. Ja, ich bin doch noch im Bild drin. Scheiße. Na Marco, das ist ja Timing, oder? Das war Timing, ja. Ja, da kam's gerade um die Ecke, wa? Naja, mit 95. Ich muss erst mal bremsen. Okay, ich hab dich gar nicht gesehen erst. Also, solange die Bremsscheiben noch glühen und nicht rausfliegen, geht's doch. Aber wir haben eine gute Werkstatt. Wunderschmelzen. Ich will jetzt einfach nix sagen, aber das Brain ist grad richtig schön falsch auf die Linke Spür gefahren. Ne, was? Ich hab's gemerkt. Fahr weiter, kannst gleich wieder rüber. Und Matsche. Wenn du wirklich keine... Wenn du wirklich keine... ... ... ...